Nicht näher kommen! Ich musste in den Knast, weil ich einen Mann umgebracht habe bei einem Streit in der Bar. Der Kerl hat einfach meine Freundin angemacht. Ich sagte, verschwinde, er zieht ein Messer und ich sehe rot. Eine Sekunde später halte ich sein blutiges Messer in der Hand und er liegt tot am Boden. So schnell bist du nicht. Eine Sekunde. Bitte tue es nicht. Du wirst verlieren. Hör auf deinen Freund. Ich hab dich gemeint, Ramal.